Dieses Auto ist für uns das typische Klangwesen für die zukünftigen Oma als ein Fahrzeuger von Audi. Wer Audi-Art hat den Anfang gemacht, beim Audi-Art steht ein toller Grund, Status und Prestige. Bei diesem Fahrzeug hier ganz eindeutig, den man Sportlichkeitschaft, Sportlichkeitschaft und Promotivität. Dieses Auto ist die Essenz des Audi-Art und damit die Essenz der neuen Design-Gesetzungen. Ich fände hier den Rücken das Verständnis ein, das bewahrte ich mit dem Audi-Art ein. Dieses Auto ist die neue Form des Bronte Wiesburg, der neue Audi A7. Er ist das dynamische, sportliche Gesicht der Oberklasse von Audi. Diesen Charakter unterstützt natürlich als Single-Frame, der so tief wie es noch nie ein Single-Frame war, aber extrem weit. Das wird unterstützt durch extrem starke Schallwesen. Ich bin besonders stolz auf das neue Tatverlicht, das Digitalisierung...